Christine, 22 Jahre alt, komme aus Heitern am See und studiere Wirtschaftsingenieurswesen hier in Aachen. Studentische Hilfskraft am Transfer- und Gründerzentrum der RWTH. Wir unterstützen Studierende und Mitarbeiter der RWTH bei Gründungsvorhaben und für Verwirklichung ihrer Ideen. Vom 9. bis 12. April findet das 35. Gründertraining statt. Das viertägige Kompaktseminar richtet sich an alle, die an Unternehmertum und der Gründung eines eigenen Unternehmens interessiert sind. Eine eigene Geschäftsidee ist dabei keine Voraussetzung. Euch erwarten spannende Vorträge, exzellente Referenten, verschiedene Workshops und ein von uns gesponsorter Unternehmerabend mit der Möglichkeit, eine eigene Geschäftsidee vor einem Investor vorzustellen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt.